Yo Leute, ich hab keinen Bock, Alter, mal hier doof rumzustehen, wegen irgendwelchen kleinen Kiddies, Alter. Kommt, lass uns in ein Auto steigen und dann gucken wir mal. Ich hab ne Brechstange. Wir fahren jetzt aus Wut zum Juwelier und gucken, ob ich die Scheiben da einbrechen und dann mal ein bisschen Kohle machen kann. Holt die Autos raus. Ab zum Juwelier. So, ihr beide fahrt bei, weil ihr Funk habt. Ich will raus. Viel Glück und passt auf euch auf. Joe und Roxy, ihr fahrt bei JD mit, ja? 3-3. Komm für die Amy. Alter. Okay. Wollen wir in die richtige Richtung, dass wir direkt wegfahren können? Ja, sag denen mal, die anderen sollen schon. Leute. Also, pass mal auf. Dreht schon mal, passt auf, irgendwie, dass wir direkt wegfahren können. Und? Kriegst du die Tür auf? Ja. Und jetzt? Warte, geh mal weg. Au! Komm her, komm her, Alarm ausgerüstet. Alarm ausgerüstet. Los, 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 los. Schnell rein. Fili, du fährst. Aber keine Kohle, Mann. Ich hab keine Kohle. Wie viel hast du? Wie viel hast du? Weiß ich nicht. Let's go, let's go, let's go, let's go. Rein, 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 rein. Alarm wurde ausgelöst bei den Cops. Wir müssen los. Leute, Leute. Fahrt, 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 fahrt. Wir sollen einfach wegfahren. Egal wohin. Egal wohin. Fahrt einfach, fahrt einfach. Egal wohin, fahrt einfach. Egal wohin, fahrt einfach weg und versteckt euch. Wir müssen zum... Wie viel Kohle hast du bekommen? Weiß ich nicht. Gar nix. Wie, weißt du nicht? Wie, was, wo müssen wir? Gar nix. Sondern? Wieso gar nix? Kein Plan, Digga. Hä? Hast du nicht gerade gesagt? Du hast schon gesagt, die Cops wurden gerufen. Ich hab Geld. Ja, ist ein Funk. Habt ihr den Alarm gehört? Ich hab voll den Alarm ausgelöst. Ich hab so, ich hab ein bisschen von dieser Farbe abgekriegt. Weißt du, was ich meine? Von diesen komischen, dieser blauen Farbe. Ach du Scheiße, du hast neue Klamotten. Wir müssen zu diesem, wie heißt der, Ivan oder so. Der hat doch immer gesagt, wenn ich Fahndungslevel habe, soll ich zu denen kommen, ne? Ja. Ja. Weißt du noch, wie teuer das war? Boah, keine Ahnung. Jo, zeug ich für Information. Wir fahren jetzt hoch zu Fladimir. Zu diesem Typen, der hat was, äh, wir müssen gucken, dass wir Fidi irgendwie, der hat jetzt so eine Scheiße ans Kleben. Ja. Was meinst du? Ich hab das gerade in die Null gecheckt. Also, pass auf. Die Zeitpunkt ist gar nichts, ne? Wir fahren, wir müssen jetzt, ähm, hochfahren zu diesen, was ist denn das? Öl-Fabrik oder so. Richtung Leuchtturm. Da hockt Fladimir, der verkauft ein paar Sachen, Dietrich und so einen Scheiß. Und, äh, mit dem müssen wir reden, dass die Cops wahrscheinlich für die suchen. Wie heißt der jetzt, oder? Nö, ich mein vielleicht nicht mehr. Habt ihr irgendwelche Sachen bei euch? Also, wurdet ihr... Kamera aufgenommen und alles? Ne, ne? Wart ihr drin im Laden? Alles klar, perfekt. Ich war kurz. Du hast aber keine Kohle? Ne, ich glaub nicht. Ich hab nichts... Ich wollte dann noch so einen Sack aufheben, so, und dann... Ja, aber warte, wie hast du denn den... War da... War in der Säcke? Ja. Wieso hast du den nicht aufgehoben? Oh, Philipp! Keine Ahnung! Bist du bescheuert? Da liegen Säcke und du hebst die nicht auf? Hä? Liegen die da immer noch? Keine Ahnung! Oh, Philipp! Ey, Leute, fahrt in den Juwelier. Da liegen noch... Da müssten noch Säcke rumliegen. Da liegen noch Säcke. Wir sollen... Wir sollen in den Ju... Geht und guckt mal nach, ob da Copsin irgendwas ist. In den Alarmen und so. Diese kleine Pussy hat sich erschrocken und in dem Alarmen hat die Säcke da liegen lassen. Du hast ja nicht mal die Tür eingetreten, ja. Ich hab alles drinnen kaputtgeschlagen. Frag mal, Amy. Ja, ich hab auch was abbekommen. Ich hab drinnen alles kaputtgeschlagen. Ich hab wirklich was abbekommen, Alter. Oh, Bruder, ich hab 3.000, 3.000, 3.000. Ich hab 2.000 Dollar. Ich hab 2.000 Dollar. Hast du 500? Ich hab... Ja, ja. Ja, die Dummi 2.000 und 500. Alter Schwede, der lässt die Säcke da liegen. Oh! Du, der lässt die Säcke da liegen. Der kann doch nicht die Säcke da liegen lassen. Der kann die Farbe... Ich hab noch so 3 Liter Farbe noch. Ich hatte 4, jetzt hab ich 3. 4? Ja, was? Ja. Alter. Oh mein Gott. Warte mal, warte mal. Die Cops. Das ist... Das ist doch bestimmt... Cops, Alter. Oder nicht? Warte, ich geb mal den Funk. Warte, 090. Zehntausend Dollar, Alter. Wie viel hast du das jetzt bekommen? Ja, er hat immer noch. Guck mal. Hey, hier, die komplette Jacke ist noch komplett voll. Und dein rechtes Hosenbein ist auch noch voll. Oh, meine Schulter, Alter. Du hast einen Schlag drauf. Sugar. Ja, ne? Lässt der die Säcke da liegen? Oh, die lässt die Säcke da liegen. Wir fahren einfach. Scheiße. Okay, ich klatsch euch gleich alle oben, beide. Der lässt die Säcke da liegen. Ich mach gar nichts. Ich lach nur. Ich klatsch euch beide. Ich lach gerade liegen sugar. Ja, wo sollen die sein? Äh, pass auf. Wir kommen jetzt selber nochmal in die Richtung. Fidi hat die gesehen. Die Säcke. Soll er selber gucken. Check mal ab, ob der Kopf... Fuck, ich hab... Nein! Digger, du bist so dumm, Alter. 11,99. 11,99. Palito Bay, Palito Bay, Hilfe. 11,99. Schüsse. Rote, rote, rote Hilfe. Schüsse vor den Roten. Alter, du lachst mich aus dem Stück, Alter. Scheiße. Du hast den Zeilkanal. Die kann so dumm sein, Alter. Und du sagst, ich bin dumm. Was willst du denn jetzt? Ich höre nichts im Funk gerade. Ich hoffe, die Handeln... Ich hoffe, die Handeln... Ich hoffe, die Handeln im Funkkanal geändert. Wir kommen Richtung Juwelier. Guck mal, ob da Cops irgendwie in der Nähe sind. Die sagen, die kommen Richtung Juwelier, ob da Cops... Achso, du hast es gesagt. Ich hab keine Cops, die fangen gerade irgendwo. Jo, alles klar. Wo sind die Züge, nehmt euch da müssen. Nein, nein. Okay, die haben auf jeden Fall den Funkcode geändert. Scheiße. Hoffentlich war das 11,99, Alter. Also 11 war es auf jeden Fall. Und irgendwas mit einer 9. Ich weiß nicht, ob das 90 war oder 99, oder? Zum Glück passiert das in einem Udi selber, Alter. Ich schreibe den Kopf jetzt bitte. Ist ja respektvoll. Hast du... Hast du neuen Funkcode bitte? Bitte. Der ist wirklich da. So, respekt. Ruf dich mal an. Scheiße, Mann. Ich kann nicht mehr. Die sollen mal gucken, ob da Cops sind. Ja, machen sie schon. Sind da Cops? Habt ihr euch in der Nähe da... Die sollen mal oder... Roxy, habt ihr euch in der Nähe da irgendwo positioniert? Ja. Okay, irgendwas in Sicht? Nein. Okay, check. Wir sind jetzt unterwegs, fallen gerade ab, Richtung Stadt. Müssten gleich da sein. Alles klar. Egal, ich bin das gewohnt, dass ich besucht werde. Scheiße, Alter. Ich schau. Immer auf der Flucht jetzt. Oh, Scheiße, Mann. Check mal auf der Scheiße. Scheiße. Fuck, Alter. Lenkt die ab. Wenn die Cops kommen, lenkt die ab. Fahrt einfach weg. Wenn die Cops kommen, fahrt weg. Okay. Jetzt sagt er, die Säcke sind weg oder was? Dann lache ich mich tot über den Nett. Was macht der da? Jo. Jo. Der ist drinnen. Fahr rückwärts rein. Fahr rückwärts rein. Der ist drinnen. Okay. Und? Hast du? Das kann also immer nur einer. Die anderen sehen es nicht. Fahr weg, fahr weg, fahr weg. Fahr weg, fahr weg, fahr weg. Funk, 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 funk. Ich kann nicht fahr weg. Funk, funkt, funkt. Nein, ich bin bei den Cops. Fiddy, funk. Ich bin auch in den Funken. Alter. Jo, fahrt weg, fahrt weg. Die Cops kommen jetzt. Fahrt weg, fahr weg. Wir haben Geld, traurig. Bist du im Kopp-Bullenfunk oder was? Nee, aber hast du die Säcke nicht gehört? Wir fahren da gleich nochmal. Das ist easy. Ich weiß jetzt, was ich machen muss. Wie viel hast du rausgeholt? Ich hatte nicht genug Platz im Inventar. Waaah! In meiner Handtasche. Äh, nein! Jo, was geht ab? Müssen wir... Ich hab mein T-Shirt weggeholt. Hast du die neuen Funk-Code von denen? Wir haben den gewechselt, glaube ich, ne? Ich geb dir gleich mal meinen Dietrich noch, ne? Immer noch der gleiche? Also 0190.66. 0190.66, ich danke dir. Jo, fahren wir gleich nach. Gut, alles klar. Ich muss aufbringen. Danke dir auf jeden Fall. Danke dir auf jeden Fall. Fili hat jetzt... Es war drin, ja? Hat ein bisschen was rausgekriegt. Und ist auf jeden Fall noch nicht alles raus. Nur waren gerade halt Sirenen zu hören. Wir müssen halt gucken, ob wir gleich nochmal reinfahren oder nicht. Dass du Bescheid weißt. Warte mal, wie viel hat der rausbekommen? Fili. Nix, Digga, hab ich doch gesagt. Ich konnte das nicht mehr tragen. Warte mal, dann mach Kofferraum auf. Vielleicht musst du mehrere Sachen tragen. Ja, ich hab jetzt vier und Sachen rausgekriegt. Okay, ich verbessere mich. Er hat nichts. Alles klar. Er hat es nicht getragen bekommen. Was musst du... Ah, fuck, Alter. Nein. Boah, ein drittes Mal, wenn ich nochmal so viel Glück, Alter. Jo, behalte mal einen Blick. Können sie sehen, die nicht mehr. Ja, wir können jetzt mal wegkommen. Ja, die Kassen gesichert. Wir können uns hier verpissen erst mal. Kassen gesichert, oder? Ja, ja. Ja, ja, geh von raus. Wie ärgerlich, Alter. Ja, wie ärgerlich, ey. Sehr echt ärgerlich, ja. Kennt ihr das, wenn ihr so viel gelacht habt, dass ihr das Gefühl habt, ihr wurdet voll durchgenudelt? Ähm. Einfach fix und fertig. Also, ich weiß nicht, wie sie es anfühlt. Ich bin derjenige, der nudelt, aber nicht... Ich weiß nicht, du hast das... Also, das war jetzt ein schlechter Vergleich. Ja, aber ihr... Fahr mal kurz zurück, fahr mal kurz zurück. Fahr mal kurz zurück, fahr mal kurz zurück. Nein, ruf mal an. Ich glaube, es ist alles cool, Mann. Könnt ihr mal irgendjemanden... Ja, wir kommen. Wie ist das denn irgendwie so? Also, erklär mal kurz. Wie ist das denn jetzt, durchgenudelt zu werden, wenn man so viel lacht? Ja, aber... Also, wenn ihr halt auch so aktiv seid, Mann, das meine ich doch damit, Alter, dass man halt komplett fertig ist. Wo ist die? Aber das halt vom Lachen. Wo sind wir denn gerade hergekommen? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber das Problem ist, wir können es echt nicht beurteilen, wie das ist, wenn man durchgenudelt ist. Ich bin halt schon ein Stück weiter gefahren, ich hoffe ich. Fahr mal hier, links. Und dann rechts, 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 rechts. Nee. Ja, nee. Wir sind doch gerade von woanders gekommen. Okay. Eine junge, junge Orientierung. Links. Du hast ja auch gedacht, du kannst mir den kompletten Juwelier ausrauben, indem du einen Schein in die Hand nimmst. Und der lässt die Säcke da liegen, Alter. Alter, mach das beim nächsten Mal alleine, Alter. Du älgernst mich auch immer. Da musst du jetzt auch durch. Aber fuck, mein Schottes. Hat er das nicht gecheckt, dass er... Nee. Der fährt einfach weiter, wahrscheinlich redet der noch mit Roxy, Alter. Ja, und übrigens hier, ich bin der Jason, ich bin JD. Kannst du mich JD nennen? Weiß nicht. Ich glaube, ich habe mir gerade über den Kopf gestoßen, ne? Ey, Roxy, wie ist das denn, wenn man... Pass auf. Roxy, pass auf. Kennst du das, wenn du so viel lachst, dass du... So, jetzt kommst. Jetzt kommst, hör zu. Also, dass du dich voll komplett durchgenudelt fühlst, so? Als wurdest du voll gefickt? Durchgenudelt fühlst. Ja, wenn du richtig fickst. Und dass du so sehr lachst, dass du so fertig bist, als wurdest du gerade gefickt. Kennst du das? Nee, so viel lach ich für gewöhnlich nicht. Nein, ob du das... Okay, die kennt auch nicht das Gefühl, richtig durchgenudelt zu sein. So meint die das Schlau. Ich kenne den Vergleich nicht. Cooper ist ein Mann, ne? Was? Nein, Cooper ist ein Kumpel. Okay, alles klar. Also, okay. Aber ich habe... Ne, du weißt, dass wir das schlecht beurteilen können. Ja. Das haben wir dann zu vergessen. Ich meine, da ist einer, der bei der Mafia ist einer. Bei Natchies Leuten ist einer. Sie könnte ja fragen. Vielleicht kann er das beantworten. Ja, aber jetzt sag mal irgendwie, wie ist das? Ja, ist geil. Okay. Jo, wir gehen gleich nochmal zu Wladimir. Hat er schon ein bisschen wegbekommen? Ne, jetzt gerade hat sie das schön wieder, ne? Die haben nochmal richtig abgespritzt. Hört ihr nicht zu, oder was? Abgesprüht, habe ich gesagt. Also, ich glaube, deine Aufnahmen werden, glaube ich, hochgeladen. Ja, Mann, ich sag dir das. In so eine Datei. Und dementsprechend, je mehr Scheiße du bauwst, umso mehr... Mit dem Bienchen hast du schon Bock, ne? Wenn man Action losgeht. Ich denke, man ging 80 Uhr starten mit der RP. Spätestens. Also, ich habe... Du bist jetzt Kategorie 4, oder was? Gar nicht mehr, Leute. Ich hatte das Gefühl, den Liter Farbe, der da abgewaschen hatte, sie hat schon wieder drauf, so. Ja, okay, schön. Ja, geil, ne? Dafür hast du die Säcke liegen lassen. Dafür habe ich drei Schäuze bezahlt. Beim zweiten Mal sagt er, ich habe nichts frei, ich kann die Säcke nicht tragen, auch gut. Alter, wir rauben Juwelier aus und werden mit Schulden voller Arschbacken raus, Alter. 3.500 bezahlen wir, damit wir seine Kategorien da, sein, sein, was weiß ich, da runterbekommen. Wird überall gesucht, weißt du, bestechen die Leute. Und haben noch nicht, oder haben noch nicht mal einen Dollar rausgeholt, Alter. Alter, ohne Scheiße, ich schicke euch alle gleich da rein. Junge, Junge, Alter. Bricht beim Juwelier ein, weißt du. Schlechteste Räuber aller Zeiten. Ja, okay, Roxy, du hast dich gerade freiwillig gemeldet. Ich habe auch schon gesagt, scheißegal. Alter, ich wurde früher abgesucht. Ey, also haben die das wie bei den Dings. Wie bei den Hooligans, ne? So Kategorie A, B, C und so. Ja, zum Beispiel. Ja, und ich bin D jetzt. Was haben die denn, die Cops, was haben die denn? 1, 2, 3 oder was? Wie nennt man diese Dinger? Die haben Sterne, ne? Ja. So viele bestimmte. Warte mal, wie nennen die die wohl? Fahndungslevel oder so? Kann das sein? Ja. Ja, könnte sein. Was hast du, wenn das jetzt Fahndungslevel wäre? Was hast du? Ja, locker ne 4, Alter. Fuck, Alter. Du bist jetzt also Kategorie D. Ja, also ich habe schon... Ich bin der Amstfall Nummer 1. Ja, fast, ey. Da fehlt nicht mehr viel. Aber ich glaube, das geht jetzt auch nicht weiter so. Ich weiß nicht, was der nächste Step ist, was ich machen muss, damit ich noch... Fuck. Also ich bin schon gut dabei, sagen wir mal so, ey. Richtig gut dabei. Ich bin schon gut dabei, sagen wir mal so, ey. Ich bin schon gut dabei, sagen wir mal so, ey. Ich bin schon gut dabei, sagen wir mal so, ey. Ich bin schon gut dabei, sagen wir mal so, ey. Ich bin schon gut dabei, sagen wir mal so, ey. Ich bin schon gut dabei, sagen wir mal so, ey. Ich bin schon gut dabei, sagen wir mal so, ey. Ich bin schon gut dabei, sagen wir mal so, ey. Ich bin schon 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 mal so, ey.